Der frühere ägyptische Präsident Mubarak ist wegen Korruption zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Volker Schwenk in Kairo. Ist das einfach längst überfällig, dieses Urteil? Es ist eine Art Vergangenheitsbewältigung. Was bedeutet das für Ägypten? Vergangenheitsbewältigung natürlich, denn es geht um Taten in der Vergangenheit. Mubarak ist ja nun schon seit einigen Jahren nicht mehr Herrscher, Präsident dieses Landes. Konkret geht es darum, dass er seit 2003 bis zu seinem Sturz im Jahr 2011 oder seinem Rücktritt, seinem erzwungenen Rücktritt 2011, insgesamt etwa 13,5 Millionen Euro öffentlicher Gelder für private Zwecke veruntreut hat. Das zumindest, sagten heute, die Richter sei erwiesen. Dieses Geld war eigentlich vorgesehen für die Renovierung öffentlicher Bauten. Und Mubarak und seine Familie haben es aber benutzt für die Renovierung eigener Bauten, eigener Immobilien. Und deswegen wurde er heute verurteilt zu einer dreijährigen Haftstrafe. Und seine beiden Söhne, die als Tat beteiligt, mitverurteilt wurden, die bekamen sogar vier Jahre Haft. Und außerdem müssen sie einen Teil dieses Geldes, nämlich immerhin 2,3 Millionen Euro, offensichtlich zurückzahlen. Ob sie tatsächlich in die Haft gehen werden, das ist derzeit noch ungewiss, denn es ist ein erstinstanzliches Urteil. Es sind also noch Rechtsmittel möglich. Und wer die Justiz in Ägypten kennt, der weiß, dass es da manchmal zu ganz erstaunlichen Entwicklungen kommen kann. Im Moment ist Mubarak in einem Militärkrankenhaus. Er selbst, Sie sagen es, er kann Rechtsmittel einlegen. Man weiß nicht, wie der Prozess ausgehen wird. Aber die heutigen Reaktionen im Land, wie sind die denn ausgefallen? Sie werden es nicht glauben, aber es gibt kaum welche. Das Ganze wird vermeldet und zur Kenntnis genommen. Aber Mubarak ist ein Mann der Vergangenheit. Das haben wir als ausländische Korrespondenten schon im vergangenen Jahr einigermaßen verwundert, zur Kenntnis genommen. Wenn wir uns erinnern, da wurde er zum ersten Mal aus der Untersuchungshaft entlassen, weil die maximal zulässige Gesamtdauer der Untersuchungshaft vorbei war. Und ein Urteil gegen ihn wegen der Tötung von fast 900 Demonstranten 2011 wurde damals kassiert. Dieser Fall, diese Anschuldigungen werden im Augenblick neu verhandelt. Aber schon damals, als er quasi freigesprochen wurde, das Urteil aufgehoben wurde und er aus der Haft in diesen Hausarrest im Militärkrankenhaus kam, da gab es schon keine richtig große Aufregung mehr hier im Lande. Und das ist heute natürlich nicht anders. Natürlich gibt es das Gefühl, dass es überfällig war, dass der Ex-Diktator für seine Selbstbedienung auch gerade stehen muss, dass er dafür bestraft gehört. Aber zu den drängendsten Sorgen dieses Landes gehört Mubarak und gehört der Mubarak-Clan schon lange nicht mehr. Er ist ein Mann von vorgestern, ein Mann der Vergangenheit, ein Mann, der auch weitestgehend vergessen wurde. Und in der Zwischenzeit ist ja viel passiert im Lande. Es waren ja sehr, sehr unruhige Jahre für Ägypten. Und in der kommenden Woche sind wieder Wahlen. Also blickt man jetzt vermutlich in die Zukunft? Genau so ist das. Und das Land hat nach wie vor riesige wirtschaftliche Probleme. Die Wirtschaft kommt nicht so richtig in Gang. Der Tourismus stottert nach wie vor. Es gibt zwar im Erholungstourismus sozusagen, in Scharmel-Sheikh und Hurghada, da gibt es Gäste. Aber in Luxor gibt es noch sehr wenige. Hier in Kairo kann man sie quasi einzeln zählen. Da ist noch eine große Menge Arbeit zu tun, bis dieser Devisenbringer-Tourismus wieder funktioniert in Ägypten. Und dann gibt es natürlich das große Problem Sicherheit. Man hört fast täglich von Anschlägen auf Polizeibeamte, auf Soldaten. Und zwar nicht nur auf dem notorisch unruhigen und unsicheren Sinai, sondern eben auch hier in Kairo. Und man muss es leider so sagen, während früher, als es die großen Demonstrationen zwischen Muslimbrüdern und der Regierung gab, wurden wir immer gefragt, wie gefährlich ist es denn in Kairo? Wie unsicher muss man sich denn da fühlen? Da war die Antwort einfach, geht nicht dahin, wo demonstriert wird, dann kann euch relativ wenig passieren. Es gibt jetzt tatsächlich ein Risiko, zufällig Opfer eines solchen Anschlags, einer solchen Attacke hier zu werden. Und das ist natürlich nichts, was dem Tourismus in Ägypten zuträglich ist. All diese Probleme müssen gelöst werden. All diese Probleme sind im Grunde genommen auf dem Rücken von einem einzigen Mann, Abdel Fattah al-Sisi, der höchstwahrscheinlich, man kann schon fast sagen, sicher in der nächsten Woche als Gewinner aus der Präsidentenwahl hervorgehen wird. Denn es gibt einen einzigen Konkurrenten, der quasi keine große Rolle spielt. Und diese täglichen Probleme, die müssen gelöst werden. Und das beschäftigt die Menschen. Wie gesagt, Mubarak, das ist ein Mann von vorgestern. Und die Revolution, die ist im Übrigen auch schon für viele hier sehr, sehr lange vorbei. Die Menschen haben ganz andere Sorgen. Volker Schwenk, vielen Dank für diese aktuellen Informationen aus Kairo.